Was ist das deutsche Geschützt? Wie soll ich einen Namen machen? Ich flüchte nein. Aber Stahls Angriff muss ja schon im Rollen sein. Wer in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinster ist. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Er müsste bald wie möglich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Stahls gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steine alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihn mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinster ist. Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinster ist. Fantasie! Ich glaube ihm kein Wort! Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Deswegen Berlin verlassen! Irren Sie sich gewaltig! Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Willkommen zum Cybertruck-Unveil! 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 Franz, Franz has a sledgehammer. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Franz, kann ich das, was du? Das Glas bitte? Oh mein Gott. Vielleicht war das ein bisschen zu hart. Sir. Oh man, es war nicht so. Aye. Ah, not bad. Room for improvement. Das bleibt im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl. Der andere Stein, das war ein Befehl. Wer sind Sie? Das hier ist Wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen. Oh. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen. Sogar die OSS. Die blauen Dragoner, sie reiten. Wir klingen das Spiel durch das Dorf. Wann fahren Sie begleiten? Hell zu den Dienen empfohlen. Hell zu den Dienen empfohlen. Das ist ein Befehl. 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 Befehl, die Verbrecher, die Verzahler. Die Generalität ist das Geschmäusch des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. I've been looking for something that haunts me all night. I've been staying up hours until the sun arrives. Just so cash you'll always live in the same life. I don't really mind, but I just need to take some time to get away. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. We will live a life, we will live a life, we will live a life, we will live a life in the first place. Jahrelang hat das Militär-Molaraktion nur behindert. Es hat mir gegen ¿noir additive, picket wieder research, es wird weggelegt. Es hat der Guterang, you klar? Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh my veh. 125 in the middle of the night, got my engine thundering. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein. Allein auf mich gestellt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Am Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am ganzen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie wird gesaufen in ihrem eigenen Blut. Das war's. 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 Du bist IlfaJapanese. Ja, ja. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Alle Befehle sind in ein Wind gesprochen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017